In diesem Video geht es um die besten Duschsysteme mit Thermostat und Regendusche. Wir schauen uns die besten Regenduschen von drei unterschiedlichen Herstellern und auch aus drei verschiedenen Preisklassen in diesem Video an. Wir vergleichen ihre wichtigsten Eigenschaften und Funktionen und schauen uns an, welches Modell am besten für dich und deine Ansprüche geeignet ist. Bleib also unbedingt bis ganz zum Schluss des Videos dran, um alle Duschsysteme kennenzulernen und schau danach auch gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Unter diesem Video haben wir nämlich alle Duschsysteme hier mit dem tagesaktuellen Preis und der Möglichkeit sie auch direkt zu bestellen verlinkt. Jetzt aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video und gleich dem Einsteigermodell. Aus der Einsteigerklasse möchten wir dir das Edestahl Duschset von Görbach vorstellen. Genauer gesagt das Görbach 3030 CP. Eine sehr beliebte Regendusche mit großer 30x30 cm Abmessung und zusätzlicher Handbrause. Diese hat eine Abmessung von 10x14 cm und kommt mit drei verschiedenen Strahlarten. Einer soften Massage, einer Powermassage und einer Regenstrahlfunktion. Dieses hochwertige Chrom-Regenduschkopf-Set ist recht simpel, aber dennoch äußerst hochwertig und besitzt damit ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es wird im Set gleich mit sämtlichem Montagezubehör geliefert, sodass man es in Windeseile anbauen kann. Die hochwertige Qualität von Görbach durch das robuste Edestahl garantiert auch dafür, dass man mit diesem Duscharmatur-Set viele, viele Jahre seinen Spaß hat. Der Hersteller ist für seine hochwertigen Sanitärartikel in Bad und Küche bekannt und auch das Premium-Duschsystem 3030 CP macht hier keine Ausnahme. Durch den günstigen Preis und die starke Verarbeitung besitzt das Modell wie gesagt ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, was die Kunden auch mit 4,6 von 5 möglichen Sternen belohnt haben. Die insgesamt tatsächlich beste Bewertung im Vergleich beim auch günstigsten Preis. Alles Gründe, warum man sich hier zumindest einmal weiter informieren sollte. Über den ersten Link in der Videobeschreibung ist das Görbach-Duschsystem mit Regendusche verlinkt, sodass auch du dich jetzt hier noch weiter zum Set informieren kannst. Aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse möchten wir das Duschsystem von Rainthwares vorstellen. Dieses kommt mit einer großen, runden Regendusche mit 25 cm Durchmesser. Durch das spezielle Luftdrucksystem wird trotz dieser großen Abmessung für eine starke Leistung der Regendusche gesorgt. Auch eine praktische Handbrause ist hier dabei, welche mit drei verschiedenen Strahlarten der Massage, Gemischten und Regendusche kommt. Natürlich ist hier auch ein Thermostat dabei, durch das man die Temperatur bis 38 Grad einstellen kann. Dann gibt es eine Temperatursperrtaste, welche die Überhitzung und ein Verbrennen verhindert. Diese Schutzfunktion sorgt dafür, dass man sich hier wie gesagt nicht verbrennt. Natürlich kann man dann aber auch bewusst über diesen Punkt hinausgehen und noch wärmeres Wasser erzeugen. Besonders praktisch an dieser Regendusche ist auch ihre Höhenverstellung. Sie kann ganz einfach mit nur einem Hebel an der Seite zwischen 92 und 126 cm in der Höhe verstellt werden, wodurch sie auch von unterschiedlich großen Personen im Haushalt verwendet werden kann. Praktisch finden wir auch, dass das Rainthwares Duschsystem mit Regendusche in so vielen verschiedenen Varianten erhältlich ist. Nämlich in fünf verschiedenen Größenvarianten, was auch die Form und Größe der Regendusche angeht, sowie noch einmal in zwei verschiedenen Materialausführungen. In einer klassischen Chromenvariante und auch in einer schwarzen Pulverbeschichtung. Je nach Einrichtung und Geschmack kann man sich also hier auch die Rainthwares Dusche den eigenen Ansprüchen gemäß anpassen. Alles weitere zu diesem Duschsystem mit Regendusche aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als drittes und letztes kommen wir nun zum Premium-System aus dem Vergleich und eine der absolut beliebtesten Varianten aus dem Profisektor. Es handelt sich um die beliebte Chrometta E vom Hersteller Hans Grohe. Das Premium-Duschsystem von Hans Grohe kommt mit 24x24 cm Regendusche, sowie auch einer kleineren, runden Handbrause mit zwei verschiedenen Strahlarten, einem Regen- und einem Intensivmodus. Das Besondere am Hans Grohe-System, wodurch es sich auch extrem von der Konkurrenz absetzt, ist zum einen die hochwertige Verarbeitung. Wer ein besonders langlebiges Duschsystem ohne Komplikationen gesucht hat, der ist hier an der genau richtigen Adresse. Die hochwertige Verarbeitung an allen Ecken und Enden ist schon auf den ersten Blick ersichtlich und sorgt für ein wirkliches Premium-Gefühl in der eigenen Dusche. Der Hersteller Hans Grohe ist sich hier auch so sicher, dass er von sich aus eine 5 Jahre Herstellergarantie auf dieses Duschsystem dazugibt. Und zum anderen ist es vor allem die hochwertige Wasserleistung, die hier sowohl bei der großen Regendusche als auch bei der Handbrause merkbar sind. Die Kopfbrause bietet bis zu 16 Liter Wasser, die Minute mit einem Wasserdruck von 3 Bar und auch die große Regendusche bietet eine XXL-Performance, welche den ganzen Körper einhüllt und mit einem sehr großen Druck kommt. Durch weitere Komfort- und Sicherheitsfunktionen kann das Hans Grohe-System ebenfalls überzeugen, beispielsweise die einfache Strahlumstellung bei der Handbrause, der sichere Thermostatgriff mit Safety-Stop oder auch die einfache Justierung der großen Regenbrause. Das Hans Grohe-Duschsystem bietet ein sehr hochwertig verarbeitetes System mit kraftvoller Regenstrahl, Dusche und Kopfbrause. Bei einem Sanitärartikel wie einer Dusche mit Regenbrause sollte man unserer Meinung nach nicht an der falschen Ecke sparen und wer das nötige Kleingeld hat, der kann sich jetzt mal über den dritten Link in der Videobeschreibung noch genauer zu diesem Premium-Set informieren und das Hans Grohe Chrometta E bei Interesse dort auch direkt mit dem nötigen Montagezubehör bestellen. Praktisch, dass das Hans Grohe-Set gerade auch heruntergesetzt ist, also schau da unbedingt mal vorbei, aber auch die beiden zuvor vorgestellten Duschsysteme findest du wie gesagt in der Videobeschreibung direkt verlinkt.